Peter Maffay hat angekündigt, dass er 2024 zum letzten Mal auf Tournee gehen wird. Nach vielen Jahrzehnten auf der Bühne möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Peter Maffay. Er geht 2024 ein letztes Mal auf Tournee. Er steht seit 1964 auf der Bühne, rockt mit vollem Herzblut für sein Publikum. Manchmal wartet nach den Konzerten hinter den Kulissen auch sein größter Fan. Tochter Anouk, 5, sein kleiner Engel. Für sie und Ehefrau Hendrikje, 36, hat der beliebte Musiker und Sänger nun eine harte Entscheidung getroffen. Bei einem Termin in Köln ließ Peter Maffay, 74, die Katze aus dem Sack. Nächsten Sommer wird er noch einmal auf Stadion-Tournee gehen. Dann ist nach 55 Jahren Schluss. Ich möchte mit meinen Freunden eine Tour spielen, und das wird dann die letzte sein, sagte Maffay in einem TV-Interview. Es gibt kein Zurück. Ich fühle ein bisschen so etwas wie eine Befreiung, es entlastet mich. Es ist eine Entscheidung für die Liebe. Ich werde nächstes Jahr 75 und mein Zeitfenster wird enger. Deshalb möchte ich mehr Zeit für Hendrikje, meine Kinder Anouk und Yaris, auch für mich, haben. Meine Familie hat absolute Priorität für mich. Wir leben recht normal und absolut bodenständig. Ich freue mich schon sehr auf diese Zukunft, verriet er der Bild. Peter Maffay Der Musik will er dennoch weiterhin treu bleiben. Der Wal Bayer sieht, was in seinem Leben nun wirklich wichtig ist. Er liebt es, mit Anouk und Hendrikje gemeinsam Ausflüge in der Natur zu machen, die kleine abends ins Bett zu bringen, ihr aus Mamas Kinderbüchern vorzulesen. Momente des Glücks, die für ihn unbezahlbar sind. Ich entdecke gerade, wie unfassbar zauberhaft und berührend die Entwicklung eines kleinen Kindes ist, wenn man sich auch die Zeit nimmt, sie zu verfolgen. Schwärmt er von Anouk. Zudem will sich Peter Maffay auch mehr um seine Landwirtschaft am Starnberger See kümmern. Doch der Musik will er weiterhin treu bleiben. Ganz ohne könnte ich nicht leben. Aber da gibt es noch so viel mehr, lächelt er glücklich.